Heute geht es um den Unternehmer Thomas G. Hornauer, der bereits in der Vergangenheit durch sein Esoterik-Senderkanal Telemedial einen dubiosen, aber auch bizarren Kultstatus erreichen konnte. Momentan geht er auf TikTok viral und feiert große Erfolge. Man fragt sich, kennen die jungen Zuschauer, die ihm folgen, seine Geschichte überhaupt? Oder kennen die ihn nur als witzigen Livestreamer auf TikTok? Und da ich ihn jetzt momentan auch so ein bisschen mir auch reingezogen habe und ich euch auch frage, Mensch, habt ihr in Zukunft vielleicht noch mehr Bock auf King Thomas und mehr Content von ihm? Denn ich vermute, er könnte sowohl für den einen oder anderen Skandal sorgen, als auch für sowohl dubiose als auch unterhaltsame Videos hier sorgen. Denn er hat einen Mix aus all dem in sich. Und ich muss sagen, ich habe mir da auch einige Livestreams reingezogen und war echt erstaunt, wie viele sich das dort anschauen. Und er macht dort Livestreams, sogenannte Tum-Dances, wo Leute dort tanzen und für ein bisschen Reichweite, ein paar Likes und vielleicht auch ein bisschen Geld, dort auch alles machen anscheinend. Sie sind sich dafür nicht zu schade. Er selbst nennt sich dort Königliche Heiligkeit. Sein Kanal heißt auch King Thomas, Majestät of German. Und die Livestreams als auch die Videos gehen viral. Er hat eine riesige Reichweite dort mit 250.000 Followern. Und dann fragt man sich natürlich, was steckt jetzt hinter dem King Thomas. Und er ist in der Vergangenheit durch Telefonsex-Hotlines sehr reich geworden. Er hat ein Vermögen dort aufgebaut mit seiner Firma Telekontor, die er damals betrieb. Und 2003 ist er dann auch auf dem Kanal Telemedial sehr erfolgreich gewesen. Der hat dort den Kanal BTV damals übernommen und ist dann mit spirituellen Lebensberatungen noch zu weiterem Geld und vermeintlichem Ruhm gekommen. Also dort konnte man sich die Karten legen lassen und Sternenseer wurden da beschäftigt, als auch Pendeln wurde dort angeboten unter anderem. Und das war natürlich auf der einen Seite für viele Zuschauer, Grund genug dort einzuschalten, aber auch natürlich ihr Geld dort auszugeben. Jetzt muss man natürlich sagen, Mensch, ist doch nichts Verwerfliches. Telefonsex gibt es auch heutzutage noch. Und meinetwegen sollen doch die Leute dort sich eine Lebensberatung bei ihnen holen, wenn die Leute dort so doof sind. Oder meinetwegen auch Glauben in so spirituelle Dinge haben, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und machen ja viele, gibt es ja viele Sender, muss doch gar nichts Schlimmes sein. Ihr könnt jetzt aber auch sagen, ja, sicherlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so ein bisschen grenzwertig, dann so das Geld zu verdienen. Und sowohl beliebt als auch verschrieben. Ich glaube, so kann man es fair ausdrücken. Am Ende kann man aber auch sagen, ist er auf YouTube sehr bekannt geworden. Nicht nur durch sein Interview bei Kurt Krömer, also bei Che Krömer der Sendung, wo er auch zu seiner Vergangenheit viele Fragen abbekam. Und dort auch einen kuriosen Auftritt dort hinlegte, wo sich Kurt Krömer und er, glaube ich, auch nicht so sympathisch waren. Ich verlinke euch das gerne einfach nochmal an den Credits, genauso wie sein TikTok-Kanal. Credits müssen sein. Und dann könnt ihr euch auch nochmal ein eigenes Bild darüber machen. Ich muss allerdings sagen, durch seine Zusammenschnitte auf YouTube ist es natürlich, wo er seine Ausraste hat, alles so ganz lustig und mag auch unterhaltsam sein. Auf der anderen Seite hat er natürlich als Medienprofi auch die Provokation hier mal wieder gewählt oder vielleicht sogar den nächsten Skandal eingeläutert. Und ich frage euch, findet ihr das, ist jetzt der nächste Skandal oder sagt ihr ne? Denn ihr seht im Hintergrund, schwarz-weiß-rot scheint irgendwie seine Lieblingskombination zu sein. Und es werden einige sagen, Mensch, deutsches Kaiserreich, das ist doch gar nicht so schlimm. Und dann werden viele von euch sagen, Mensch, da gab es aber auch noch eine Zeit, die ist für uns Deutsche keine schöne gewesen und auch für die Welt nicht. Und die hat eine schwierige Vorgeschichte, denn die NS-Zeit von 1933 bis 1945 ist die dunkelste der Weltgeschichte und gerade für uns Deutsche eine ganz, ganz furchtbare und auch für die Welt natürlich. Und von daher finde ich diese Farbkombo natürlich ein wenig schwierig, um es mal freundlich auszudrücken. Und ihr könnt sagen, Mensch, ist doch alles ein Zufall, nimm doch mal diese deutsche Brille ab, kein Juck das mehr. Auf TikTok lachen die Leute sich kaputt und halt den Ball flach oder sag denen, ne, du hast vollkommen recht, das ist schön und wie ziemlich offensichtlich, dass das jetzt so ausgewählt wurde. Was ist jetzt überhaupt Phase? Ja, er steht dort und sagt, Mensch, welche Krawattenfarbe soll ich beim nächsten Livestream tragen? Schwarz, weiß oder rot? Und wenn man jetzt die Kommentare sich anschaut, dann steht da schon Deutschland und interessante Farbenanordnung. Und dann wird da auch gefragt, ist das nicht eine alte deutsche Flagge? Und da winkt er nur und hat ein Herz. Kann man jetzt deuten, wie man will. Und noch einige andere, ja, dubiose Nachrichten. Aber es sind zum Teil Top-Kommas mit mehreren hundert Likes und dann fällt einem auf, okay, so ganz zufällig ist das nicht. Gerade wenn man auch im Fenster, im Hintergrund sich diese Fensterabdeckung dort mal anschaut, ist das anscheinend von der Farbkombo auch eine Farbkombo, die er sehr bevorzugt und anscheinend nicht sonderlich tragisch einordnet. Das kann man sich natürlich wieder in den Kommentaren rumstreiten. Jetzt werden einige sagen, Mensch, das deutsche Kaiserreich, da gehen doch viele auf Demonstrationen und tragen die Flagge stolz, was sie sich das Kaiserreich zurückwünschen. Man könnte aber auch sagen, nee, das geht dann vielleicht schon in eine ganz, ganz, ganz schwierige zusätzliche Sache rein. Ja, wenn man die Farbe Schwarz und die Farbe Weiß und die Farbe Rot sich zusammenwürfelt, dann fallen einem ja noch ganz andere Flaggen aus der deutschen Geschichte ein. Und das sollte man dann auch meiden und vielleicht auch mal benennen als vielleicht sogar Skandal. Und da bin ich jetzt sehr auf eure Meinung gespannt. Ich denke, das wird kontrovers diskutiert werden. Ich bin natürlich ganz klar der Meinung, dass das eine gezielte Provokation von ihm ist. Denn er stellt sich dorthin, möchte natürlich auch viral gehen. Er möchte mehr Zuschauer haben, er möchte seinen Erfolg dort weiter ausbauen. Er ist auf Twitter, er ist auf Instagram, er ist auf TikTok momentan. Ein großes Gesprächsthema, auch auf dem Geburtstag, wo ich jetzt letzte Woche war, haben wir auch über King Thomas und seine Livestreams gesprochen. Und der fällt schon auf und ist auch in der Vergangenheit durch seine Sendung Telemedial für die Leute, die den Kanal damals ab und zu mal reingesappt haben. Natürlich ein Begriff, auch durch seine YouTube-Clips und durch Chek Römer. Haben ihn Hunderttausende kennengelernt. Und sowohl ist er unterhaltsam, mystisch, ein bisschen gruselig beim Chek Römer-Interview, als auch fragwürdig. Und man fragt sich dann halt schon, in welche Richtung geht das jetzt dort? Denn wie gesagt, dort schauen hauptsächlich sehr junge Zuschauer bei ihm vorbei, finden das lustig, finden das unterhaltsam. Und das kann natürlich auch eine gewisse Gefahr bürgen. Und ich bin gespannt, wie ihr das ganze Thema jetzt seht. Vielleicht ist es ja auch für euch alles ganz witzig. Und ihr sagt, Mensch, so schlimm ist es jetzt dann auch nicht. Ich würde aber sagen, es ist schon eine gezielte Provokation. Und der weiß schon ganz genau, was er mit 62 da macht. Und wie er natürlich auch noch mal ein bisschen viraler geht, durch auch vielleicht solche YouTube-Videos. Und Themen, die dann behandelt werden, wo er vielleicht dann noch mehr Reichweite in Zukunft auch dadurch bekommt. Auf der einen Seite aber vielleicht auch Leute aufgeklärt werden, die vielleicht gar nicht wissen, was das jetzt für eine Farbkombo ist. Ich sehe in den Kommentaren natürlich, jeder, der schon mal einen Geschichtsunterricht gehabt hat, weiß da schnell Bescheid. Aber ja, manche halt auch nicht. Und viele finden es auch heutzutage anscheinend witzig. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie ihr das findet. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare unten rein. Wollt ihr in Zukunft noch mehr gegen Thomas? Oder sagt ihr, ach, das eine Video hat mir jetzt auch gelangt. Ich bin gespannt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich in Zukunft noch den ein oder anderen Skandal von ihm hier finden werde. Oder vielleicht auch über seine Vergangenheit noch mal ein größeres Video mache. Wie gesagt, da gab es auch genug Dinge, die man kritisieren kann oder auch sachlich besprechen kann in einem Meinungsblock. Und ich denke, das wäre für euch bestimmt ganz interessant. Und ich finde ihn, wie gesagt, schon sowohl dubios als auch unterhaltsam und faszinierend. Irgendwie, dass sowas so auf TikTok momentan abgeht und viral geht. Also Medienprofi ist er auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall gelernt, wo man Knete holen kann. Das muss man ihm lassen bei aller Kritik. Er weiß, wie das funktioniert. Und ich glaube, auch in Zukunft wird das dann relativ heftig noch abgehen. Und man kann sich dann nur fragen, in welche Richtung geht das? Diese Audienzen beim König, beim 62-Jährigen und wo meist dann auch sehr, sehr junge Zuschauer dann dort tanzen und für ein bisschen Reichweite große Hoffnung haben. Man kann ihn als älteren Herrn sehen, der für ein paar Memes und für ein paar lustige Videos dort bekannt ist. Dann kann man aber auch sagen, okay, nee, der hat seine Vorgeschichte und diese Art und Weise dort mit dieser Provokation der gezielten, mit dieser Farbkombo ist schwierig. Gerade in unserer Zeit sollte man immer noch auch so ein bisschen Demut zeigen und auch ein bisschen das Geschichtsbuch kennen. Schwierig. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt die gerne unten rein. Dann soll es das für heute gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.